Musik 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 Und mit der Nassenzahre Troje, da fühlt er sich verlandet ein. Und dann fällst er sich von rechts nach links und schläft vor ein Doppel nicht ein. Dann lasst er plötzlich Sacken-Diesel. Und ganz geholster und doppler reißt er sich zusammen und gibt Gas. Und fällst er nicht. Er fährt dreißig Karabit und die Angst hat ihn nicht. Der Zuhause ist ein schöner Baum, wie er für den Zuhörer im Team. Nur noch hundert Kilometer, das meint der Neues Haus. Die Tür ist zu und das Haus ist leer und die Schlampe ist... Mir ist es übrigens sehr oft gegangen. Ich habe ein süßes Mädchen eben getroffen, die hat gesagt, ich habe dich bei Götz Alsmann gesehen in Zimmer frei, wie du erzählt hast, dass du vier Frauen verschlissen hast. Ich meine Ehefrauen. Verschlissen habe ich mehrere. Und ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Bei allen Frauen, denen ich Böses getan habe. Bei den Männern. Wieso, ich werde niemals schwul und grobe Reit ist nicht da, den Krieg ich niemals in den Arsch. Die paar kommen. Aber damals hat mein Produzent hier in Berlin gesagt, der Song darf nicht negativ ausgehen, die Frau muss wirklich zu Hause sein. Ich sage, das gibt es nur in Märchen. Und so ist es bei mir oft gewesen, dass ich nach Hause kam und die alte war ausgezogen. Deshalb bleibt der Song auch so. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann. Und sein Zuhause bleibt, die alte war. Ist auch mein Zuhause frei, die alte war. Sein Zuhause bleibt, die alte war. Und mein Zuhause bleibt, die alte war. Ja! Ja! Ja, baby! Ja! Ja!